Aber Spirit Box, da weiß man einfach nicht, was hier kommt. Manchmal ist es ein Song, der fährt durchgehend in der Fresse und dann ist es eine Ballade. Und Circle With Me, ich, ich, keine Ahnung, schauen wir jetzt gleich mal rein. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um kein neues Video zu verpassen und jetzt geht's los. Ich bin so gespannt. Die können meine Erwartungen jetzt eigentlich. Es ist schon wieder so das Groovige. Ich finde die Kamerafahrt so richtig mächtig. Ich bin schon wieder mega überzeugt davon. Ich merke es. Boah, die geht da an so ganz leicht im Hintergrund. Es ist übertrieben geil. Ja, es ist ja gleich. Ich düste wie die anderen Songs. Da gibt es nicht wirklich so eine Happy Melodie, kommt mir vor. Oh, mächtig. Ich kann jetzt schon sagen, das wird mein Song vom Mai. Mai eigentlich. April kann man nicht mehr sagen. Ich bin jetzt schon, wir haben 1 Minute 42 und ich bin komplett überzeugt von dem Song. Der kann eigentlich nur besser werden. Ich bin jetzt schon. Ich bin jetzt schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ganz jahrzehnt so ein Scream-Teil abfällt. Möglich, ja? War da zu warten. Boah. Noch nicht. Boah. Scheiße. Noch ein bisschen schneller. Das hat dem Song noch gefehlt. Scheiße. Fuck. Der Song ist so richtig geil. Scheiße. Wow. Genau das erwartet man eben von Spiritbox. Die können nur überzeugen. Ich bin mega überzeugt. Wie fandest du den Song eigentlich? Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Also, wir haben uns die anderen auch ein paar angeschaut. Ja. Und du hast das eine gegeben, das was du jetzt in Deutschland hörst. Blessed Be. Genau das. Es ist ähnlich, ja. Das ist noch geiler. Es stimmt. Es stimmt. Okay, im Stream wird auch gerade geschrieben. Es kommt sehr gut an. Boah. Scheiße. Boah. Der Song, der wird mindestens heute noch zehnmal abgespielt. Mindestens. Und es ist jetzt gerade halb acht. Halb sieben. Ja. Ich bin... Wird der Reaction-Streamer noch besser? Ich glaube fast nicht. Ich bin jetzt gerade auf einem sehr großen Hoch oben.